Was ist die Schuldensumme am Hals? Es ist doch so schön im Markus-Evangelium, nirgendwo gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Das gleiche gilt auch im Verhältnis zwischen Schuldner und Gläubiger. Denn was passiert, wenn Sie als Schuldner mit Ihrem ehemaligen Geldgeber über Schuldenregulierung sprechen wollen? Finanziell abgebrannt, wie Sie nun mal sind, gelten Sie in diesen Augen nichts. Nichts gläubig ist Ihr Gläubiger Ihnen gegenüber längst nicht mehr. Sie kommen nicht mehr an die hohen und heiligen Versprechungen, dass Sie sich bessern, nachdem Sie eine oder andere Rate nicht beglichen haben. Erst recht, wenn Sie schon die allerersten Rückzahlungsnahmen sausen lassen. Wenn jedoch eine andere Person mit dem Gläubiger verhandelt, sieht die Welt schon ganz anders aus. Ihm oder ihr wird mehr geglaubt. Vor allem dann, wenn die betreffende Person sich scheinbar auf die Seite des Gläubigers schlägt und ihm ganz im Vertrauen steckt, dass Sie oder er dem Gläubiger ja nur dabei helfen wollen, wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Solche Hoffnungen heben die Laune und des Geldgebers deutlich. Und wenn dann die Zusage wirklich eingehalten werden, sieht die Gläubigerwelt schon bedeutend besser aus. Ich verrate Ihnen hier vorab schon mal ein Geheimnis aus, hohe Schuldenvergleiche über dritte Personen. Wenn zwei Personen, zum Beispiel der Schuldner und sein Schuldenvergleicher, zusammenhalten, entsteht eine Mauer, die von einer Geld fordernden Person im Gläubiger nicht mehr zu überwinden, einzureißen oder zu durchbrechen ist. Das ist so sicher wie ein Naturgesetz. Da beißt die Maus kein Faden ab. Das dürfen Sie mir als alten Schuldenhasen wirklich glauben. Sie haben natürlich die Möglichkeit, jahrelang unzufrieden zu bleiben und eventuell eine Insolvenz hinzulegen, die Sie finanziell aussaugt. Sie können zudem kostenintensive Angriffe wie Fendungen und Zwangsvollstreckungen über sich ergehen lassen. Sie können das alles erdulden und am Ende dann doch mit völlig leeren Taschen dastehen. Oder Sie nehmen Möglichkeit 2, die wesentlich bessere, wenn Sie mich fragen. Sie wählen den bedeutend cleveren Weg und eine schmerzfreie Lösung, um Ihre Schulden auf ein Minimum zu reduzieren. Machen Sie es wie ich, wie es in der Zwischenzeit meine Kunden vorgemacht habe. Nutzen Sie dieses elegante Schuldenbereinigungssystem mit seinen wirklichen praxiserprobten Vergleichsmethoden. Sie werden keine bessere Lösung finden. Das verspreche ich Ihnen. Schauen Sie einfach unter www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Gehen Sie sich, wie es in der Zwischenzeit gibt.